was geht ab freund und willkommen zu einem neuen video hier vom kanal ja heute party blog beziehungsweise frankfurt slash party blog ich bin heute mit josef und dem lieben dilly in frankfurt der legte heute auf einmal bei jate 4 heißt es glaube ich und danach im welt ja ja jate 4 affairs ja und wir sind heute dabei und wird lustig lustige runde lustige kleine runde ich bin gespannt ich habe heute noch nicht gegessen ich habe hunger ich bin müde ich habe durst let's go mittlerweile wir haben uns hier getroffen ich habe mir was beim becker geholt ich bin jetzt auch hier hallo der mann des abends ich bin der maxim die minnau dabei ich bin der maxim die minnau dabei ich bin der dilly ich bin von wikfm wenn ihr mich buchen wollt info at dilly.de ich würde dann auch noch schnell auch für dich buchen ich würde er diesen mann hier buchen ja der ist halt billig gut und günstig wie in indica eigenmarke maybe maybe heute heute gerade mal einen streit bro ich gehe immer bei lila einkaufen was mit dir gehst du bei indica einkaufen dillys outfit heute auch sehr sexy ich feier es übel na wir fahren auf jeden fall jetzt nach frankfurt essen lassen dann fahren wir los by the way just have einfach getränkebar geöffnet wahnsinn jones ist jetzt auch noch was beim becker ich habe mir auch was gut ich hatte so hunger leute ihr wisst nicht ich hatte so hunger maybe maybe drop top heute heute wird krass ich bin mir ehrlich ich habe richtig bock auf heute wir sind jetzt in frankfurt angekommen ist alles dillys schuld dass das park was hier besetzt ist entschuldigung jetzt warten wir alle bis wir parken können wo du scheiße dilly was soll das mann der maul jetzt reich jetzt der maul nummer eins also wir gehen auf jeden fall jetzt zum ersten event jacht da fürs sonne scheint sonne lacht bis der fahre wehend im wind jdn Es ist ein Vibe! 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 Okay Leute, wir sind jetzt raus aus dem Jachter Fiers. Dilli hat abgerissen. Jetzt geht es weiter ins Velvet. Da legt Dilli nochmal auf. Leute, es wird geisteskrankt. Dilli hat abgerissen. Fertig! Ich sage euch ehrlich, fertig! Ihr müsst das nächste Mal. Ihr seid einfach dabei. Folgt mir auf Instagram. Dann wisst ihr wie Dilli auf Instagram heißt. Ich schreibe das auch in die Bio. Jetzt geht es weiter auf jeden Fall ins Velvet. Es wird geisteskrankt. Dieser Abend. Fertig! 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 Jetzt wird so viel weggeschnitten. Jetzt wird so viel weggeschnitten. Nein, Bro. Das bin ich. Das bin ich in meinem Alkohol-Exzess. Jetzt wird so viel weggeschnitten. Mein Bruder Asi! Mein Auge weg! Back to day! 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 Okay Leute, die anderen sind was essen. Ich war gerade bei meinem Bro Arvin. Back to day! 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 Okay friends, wir sind am Velvet angekommen. Noch was leer, aber krass. Erstmal Velvet. Ich sage ehrlich, Location ist sehr, sehr krass. So, ich fühle es sehr. Ja, mal gucken was wird. Mal gucken was wird. Ihr seht mich nicht mal. Oh, das ist Location. Ah, super. Jetzt, man sieht. Ist cool. Ist cool. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay Freunde, das war es mit dem Video. Frankfurt auseinander genommen. Wir waren auf drei Events. Beziehungsweise ich war auf drei Events. Erst... Yacht Affairs. 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 Oh mein Gott. Dann Back to day von Arvin. Grüße gehen raus an Arvin, mein Bruder. Dann waren wir im Velvet. War auch super. Deswegen, es hat mich gefreut, dass ihr bis hierhin geguckt habt. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ein Kommi da. Aktiviert die Glocke. Ihr wisst wie das ganze läuft. Abonniert mich auf Instagram. Auf TikTok. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. So, Frankfurt. Let's go. Crack Food.